Auch wenn Sie es noch nicht wussten, die RENUS ist ein Teil Ihrer Welt. Fast immer und beinahe überall. Wussten Sie, dass wir in der Endkundenbelieferung sämtliche Prozesse von der Lagerung bis hin zur individuellen Montage der Waren gebündelt übernehmen und auf Wunsch auch optimieren? Nun stellen Sie sich einmal eine Welt vor, in der es keine RENUS gäbe. Es gäbe keinen Dienstleister, der für Sie die Lagerung und Lieferung an Ihre Endkunden organisiert durchführt. Niemand würde sich um den vollständigen und fachmännischen Aufbau kümmern. Und keiner würde den Transport bis zum Aufstellort problemlos und sorgenfrei für Sie übernehmen. Die Welt ohne RENUS wäre unbewegt, leer und still. Aber seien Sie unbesorgt. Die RENUS ist und bleibt ein Teil ihrer Welt. Fast immer und, Sie wissen schon, beinahe überall. All.